10 Super League Profis haben teilgenommen, 4 sind noch übrig geblieben. Herzlich willkommen zum Finaltag des E-Football Cups. Wir gehen also gleich in diese Partie. 2 zu 2 nach 90 Minuten, wir gehen in die Verlängerung à la Golden Goal. Jetzt die Möglichkeit und das ist die Finalqualifikation für Sandro Lauper. Es sieht alles danach aus, als würde auch das Halbfinale Nr. 2 in die Verlängerung gehen mit dem Golden Goal. Es ist ein Strafraum drin mit dieser Möglichkeit und das ist das 2, das 1 zu 0 goldene Goal. Nikola Suter ist durch im Finale. Wir haben das Berner Kantonalderby zwischen Sandro Lauper und Nikola Suter. Und der Ball im Tor. Gibt es den Abschluss? 1-1 Ausgleich. Kein Offside und dann ist der Ball im Tor und Nikola Suter holt sich den Sieg.